ich bin noch gar nicht ganz fertig doch war ich wohl ich habe gelogen der death counter war schon richtig eingestellt hoffentlich ist das lang genug ich muss mir bald neue ich muss mir bald neue spiele runterladen dann schauen wir doch mal was das hier wird wenn wir sehen werden wie ich aussehe gar nicht ist doch nicht wichtig reicht doch dass ihr wisst wie ich mich anhöre wieso dann schauen wir doch mal auf jeden fall mag ich den hintergrund schon mal jetzt ist schwarz es war einmal vor langer zeit eine geschichte die ich nicht lesen konnte kann ich das skippen ja sehr gut ach guck mal ich bräuchte nicht mein death counter beim overlay da ist schon einer na mal sehen na mal sehen ob ich da hingehe oder nicht dann wäre ich doch dann wäre ich doch nicht mehr geheimnisvoll ich könnte auch schon früher nach links rein na oder wir fallen ja einfach nicht noch mal in das loch dann brauchen wir das erst gar nicht noch mal machen ja wenn ich wenn ich niemandem vorher sage dass ich da bin und so klar dann wüsste das niemand das stimmt schon ich weiß dass ich schon letztens irgendwann andere fangames gespielt haben wo auch genau so ein death counter mit auf dem screen war aber das spiel an sich selber habe ich noch nicht gesehen wow sehr gut weil wenn ich dann schon zu twitchcon im april gehen sollte dann würde das ja irgendwie schon wirklich das verfehlen weil da würde ich ja eher schon wegen den leuten da hingehen und nicht nur so dann würde ich natürlich schon was sagen aber dafür müsste ich ja erstmal hingehen nicht wahr kann ich ja auch stimmt das war dann auch hier dass ich nicht einfach resetten kann bevor ich wirklich tot bin ich erinnere mich naja falls ich hingehen sollte dann sage ich schon was mal sehen selbst wenn ich hier verpasst schon nichts wenn ihr mich nicht seht wenn ihr nicht wisst wie ich aussehe das ist das ist unwichtig ist ah Das geht auch ohne, dass ihr wisst, wie ich aussehe. Der gibt es hier nicht. Muss ich dich enttäuschen, Flash. Ich habe das Gefühl, ich habe hier ein bisschen was zu tun. Warum habe ich das Schild überhaupt versucht zu lesen? Das war doch klar, dass da nur komische Zeichen drin stehen werden. Ich habe es schon wieder getan. Conveyorbells. Aber du hast mich ja nicht mal abonniert. Du folgst mir doch nur. Kannst du mich gar nicht deabonnieren. Ich halte dich da bestimmt nicht von ab. Oh, das ist genauso schnell wie die Stacheln hier. Sehr gut. Ah, sehr gut. Wenn ich mich an die Seite von den Blöcken drücke, falle ich einfach nicht weiter. Oh, das ist schnell. Oh Gott. Okay, ich muss früh genug springen. Ich muss reagieren. Das war nicht früh genug reagiert. Das war wieder nicht früh genug reagiert. Bis dann, Flash. Schönen Abend noch. Ja, das Spiel hat ja auf jeden Fall schon was an sich. Bis jetzt gefällt es mir auf jeden Fall. Ich darf mich nicht so an die Blöcke dran drücken. Ist das da unten ein Final Fantasy Ding? Steht FF13 drauf. Das klingt sehr nach Final Fantasy. Böse. Wow. Das war auch schlecht. Ich habe vergessen, nach links loszulassen. Ich auch nicht. Ich habe von den älteren Malen Speedrun gesehen. Aber ansonsten habe ich von Final Fantasy auch keine Ahnung. Okay. Oh Gott. Oh, das war knapp. Warum gehe ich überhaupt an die Schilder dran? Ich verstehe noch nicht ganz, was es von mir will. Es wäre schön, wenn ich das jetzt lesen könnte. Kann ich irgendwas anklicken? Uh. Oh, wenn ich die losgelassen habe, kann ich sie nicht nochmal bewegen. Du bist ein normaler Block. Du bist... Ah. Du lässt mich springen. Du bewegst dich nach oben. Dann bewegt sich der andere wahrscheinlich nach unten. Und du bist halt ein Wasserblock. Ich verstehe. Also einen davon will ich schon mal hier haben. Ja, wahrscheinlich ein Wasserblock hier. Ganz cool. Ich brauche erstmal natürlich noch welche, um da rüber zu kommen. Ich brauche mal noch einen hier hin. Ich habe da unten einen Jumpblock hingetan, anstatt so einen. Verdammt. Dann kommst du halt da hin. Kommt von mir aus hier auch noch einer hin. Was weiß ich denn? Das war sehr gut. Und die Blöcke verschwinden natürlich wieder. Ah, das wollte ich doch schon wieder nicht tun. Äh, du kommst da hin. Dann kommt der hier hin. Ich weiß gar nicht, ob ein Wasserblock da irgendwo überhaupt eine gute Idee ist, aber das passt schon. Was soll schon schief gehen, na? Sehr gut gesprungen. Ja, dass die Blöcke verschwinden ist halt nicht ganz so cool, aber so an sich. Die Idee ist schon... Die ist schon ganz cool. Ja, und das kommt jetzt noch mehrmals. Naja. Ein Block für nach oben dahin. Der, der sich nach unten bewegt. Und hier hin. Dann tun wir doch einfach noch mal einen da von hier hin. Und hier einen Jumpblock hin. Und der Wasserblock kommt da hin. Ich glaube, das war eine sehr doofe Idee. Fuck. Die Musik ist viel zu dramatisch hierfür eigentlich. Ach komm, der kann trotzdem irgendwie hier hin. Jetzt habe ich den Mauskursor auf dem Bild gelassen. Fuck. Ja, doch, das ist lästig. Das Thema wieder verschwinden. Oh Gott, bleib hier. Verdammt. Ja, na, das stimmt schon. Ich könnte theoretisch ja auch immer noch ausblenden. Dann würdet ihr den nicht sehen. Das war auch wieder sehr schlecht gesprungen. Das wäre ja auch immer noch eine Möglichkeit, aber ja. Hier ist ja an sich ist ja auch genug Platz auf dem Screen, wo ich ihn hin tun kann, ohne dass er überhaupt eh stört. Wenn er hier ist, da komme ich ja eh nicht lang. Liegt da halt jetzt ein Cursor auf dem Screen. Diesmal sogar mit voller Absicht. Theoretisch bräuchte ich den hier nicht mehr. Also das war ja jetzt gemein. Dann kann ich wahrscheinlich hier lang, nicht wahr? Werde ich dafür noch bestraft, dass ich den Sprung erschaffe? Hier habt ihr Wasser. Keine Ahnung. Oh, ich glaube, ich weiß, wie das funktionieren soll. Oh, nicht mal Kuh funktioniert hier. Das ist ja doof. Ich kann wahrscheinlich einfach so machen und der drückt mich dann da durch. Das habe ich schon mal gesehen, dass sowas gerne mal passiert. Das war eher nicht mit Absicht, aber hey. Jetzt kann ich sie aber für meine eigenen Absichten benutzen. Ja. Na komm, mach das so. Nee. Nee. Hat mich durchgedrückt. So wie ich es vermutet habe. Oh Gott. Ach warte, ich kann ja Blöcke da hinsetzen. Klar. Ich mache es mir gerade wieder komplizierter, als es sein muss. Ich habe das Gefühl, das sind schon wieder viel zu viele Blöcke. Einen hätte ich gerne hier irgendwo. Ah, nehmen wir einfach noch einen. Hier werden irgendwo Fallen sein. Ich weiß das doch jetzt schon. Ich brauche niemals diese ganzen Blöcke. Schauen wir doch erstmal, was passiert. Erstmal sterbe ich nochmal. Ach komm, weißt du was? Du kommst da hin. Kann ich einfach so machen. Okay, das habe ich nicht richtig aufgepasst. Hier brauche ich Wasser. Das sind, das sind, ja, das sind eins, zwei. Das sind mehr als, das sind fünf Blöcke, ja. Dann schauen wir doch gleich mal, was sonst noch so passiert. Das war einfach nur dumm. Verdammt. Aber wir können ja dann erst weiterbauen, wenn ich dann noch da bin. Meine Nase juckt. Also sie kribbelt eher, als ob ich gleich niesen müsste. Das ist unangenehm. Ach komm hier. Ja. Das ist ein Loch. Ja, das ist ein Loch. Das ist ein Loch. Also sie kribbelt eher, als ob ich, was ja ich dann Alper. Ich bin ja hier. Also sie kribbelt. Also sie kribbelt. Dann zacken ich mir. Der ist ein Loch. Und ich nehme mir. So. Und ich nehme mich selbst. Und ich nehme mir. Und ich nehme eine liebe. je�. da. Oh, ich komme mir. Und ich nehme. Was sollte hier denn reichen, ne? Ich hätte ihn fast zu hoch dahin gesetzt. Okay, hier war doch weniger los als gedacht. Sehr gut. So, Mauskörse, du darfst dann erstmal wieder weg. Was haben wir hier? Oh Gott, ein Plattform-Autoscroller. Ich sehe das doch. Ach, ich hasse dich. Das ist gemein. Das war fies. Ich bin zu hoch gesprungen. Natürlich ist das dann hier noch eine Decke, die mich tötet. Verdammt. Hätte man ausprobieren können, ne? Ja, jetzt ist es dafür schon zu spät. Ha, endlich genießt. Jetzt ist es draußen. Aber zumindest stört nichts mehr. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist mal vorbei Machen wir das halt so Oh Sehr schön Oh Ich verstehe Der Apfel da oben fliegt hin und her Und wenn er die andere Seite berührt, dann Wechseln die Blöcke Ah Huh warte mal, ich habe eine idee, das war sie nicht, das war ein Tod was mache ich da, oh Gott das war auch nicht richtig ich finde das voll lästig, dass ich nicht einfach resetten kann, ne dass ich immer warten muss, bis ich tot bin ich kann das ja mal eben ausprobieren, hier noch, was dann passiert ok da habe ich nie easy Ne, habe ich jetzt nicht, aber normalerweise reichen die Knöpfe, die es bei jedem Fan-Game sind. Ansonsten erklärt das Spiel es meistens schon. Ah, fast. Also sollte es zumindest. Das war ja, das war erstens zu spät und zweitens bin ich eh nicht richtig gesprungen. Ich bin wieder erst von der Kante runtergelaufen. Ne, ne, der Button funktioniert. Ich muss halt nur erst sterben. Wenn ich gestorben bin, muss ich immer noch selber resetten, aber wenn ich noch nicht gestorben bin, dann funktioniert der halt. Das ist halt einfach nur noch nicht. Oh, hier sind mehr Farben. Uh. Hübsch. Verdammt. 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 Ich glaube, da warte ich doch mal lieber. Das ist wahrscheinlich, der hier hat das wahrscheinlich so gemacht, dass ich halt nicht einfach resetten kann und dann kein Tod gezählt will. Wobei es andere Fangames auch hinbekommen haben, einfach dann Tode zu zählen, wenn ich einfach nur resette. Aber hey, es passt schon. Müssen wir halt immer ein bisschen warten. Okay. Oh oh. Oh Gott, ein Bot. Nicht ein Bot, ein Boss hiermit. Oh, das wird ja lustig. Das kann ja was werden. Besonders wenn ich dann nicht mit Absicht in den Blöcken drin stecken bleibe. So zum Beispiel. Oh, da kam noch einer angeflogen. Ja, aber wenn er das hinbekommt, den Knopf so lange zu deaktivieren, bis ich tot bin, das ist eigentlich wahrscheinlich eher noch ein bisschen schwieriger, als einfach immer ein Tod zu zählen, wenn geresettet wird. Es sollte sich zumindest nicht viel nehmen. Sagen wir es so. Ob es sich jetzt erst bei einem, bei einem Toten einen Knopf benutzen lässt, oder ob einfach ein Zähler bei einem Knopfdruck hochzählt, bei einem Reset dann halt. Sollte sich, also theoretisch halt. Sollte sich das nicht viel nehmen. Das ist auf jeden Fall Final Fantasy Musik, das weiß ich. Fuck, oh Gott, geh weg! Nein, oh Gott. Wechsel. Oh, danke schön. Süß. Nein, ich bin von der Kante runtergelaufen. Wir wollen jetzt nicht noch sterben, während ich versuche, da rüber zu kommen. Das wäre ein bisschen peinlich. Machen wir das doch einfach so. Ich stelle hintereinander. Hämmer, dann passiert gar nichts. Guck. Nichts passiert. Uh, was kommt denn jetzt? Das kann ich eh nicht lesen. Huh? Kann ich da irgendwelche Zeichen rauslesen, die mir helfen? Nein. Ja, das stimmt schon. Aber das wäre ja dann meine eigene Schuld, ne? Oh, ich kann erstmal hier Infinite Jumpen. Sehr gut. Also ich habe das noch nicht verstanden, was ich hier tun soll. Ich war... Ich sterbe auf jeden Fall nicht, wenn ich das Ding abschieße. Was passiert hier? Ich verstehe das nicht. Wenn ich den abschieße, dann geht die ganze Reihe schwarz. Wenn ich... Wenn ich den abschieße, bleibt nur der. Das heißt, wenn ich... Wenn ich den hier abschieße, dann... Was hier das? Sobald ein Schuss... Sobald ein Schuss in was Schwarzes fliegt, dann bin ich tot. Deswegen sterbe ich, wenn ich den hier abschieße, weil der Schuss zurückfliegt. Naja, klar. Dir auch noch einen schönen Abend-Nacht-Rache. Bis dann mal. Okay, das heißt, ich will als erstes jetzt erstmal das hier abschießen. Der geht auch. Einmal das. Das war nicht richtig. Warum war das nicht richtig? Warum war das nicht richtig? Der Schuss... Hä? Hat das nicht gerade auch funktioniert? Hä? Der zeigt doch in die Richtung, ja. Und wenn ich auf den hier schieße... Ich könnte auch einfach die Maus zum Erklären benutzen. Wenn ich auf den hier schieße, sollte der Schuss doch so fliegen, oder nicht? Das tut er aber gerade nicht. Jetzt hat er es wieder getan. Hm. Aber ich finde... Ich finde die Idee cool. Warte, warte. Der Safe ist da unten. So, schauen wir doch mal. Wenn ich auf den hier schieße, dann geht der ganze Quatsch hier lang. Den kann ich auch schon mal machen. Warte, das war schon nicht richtig. Aber gerade jetzt... Fliegt der doch da hoch. Ich kann schon mal da... Warte mal. Das hier... Warum? Schieße ich etwa so genau, dass... dass der Schuss unter dem Stachel herfliegt. Ja, dann habe ich das. Genau. Dann kann ich das machen. Das. Aber dann... Okay, dann wenn ich die als nächstes mache, sterbe ich nicht. Ich habe verstanden. Oh mein Gott. Aber jetzt wird es aber lustig. Ja. Was? Oh mein Gott. Hilfe? Das war auch schon nicht richtig, ne? Nee. Ich weiß auf jeden Fall, ich darf die hier nicht abschießen. Den, den oder den. Weil der Schuss im Kreis fliegt. Das ist wahrscheinlich dann als letztes wieder dran. Den hier könnte ich schon mal... Warte, nee. Wenn ich den abschieße, könnte ich den nachher eh nicht mehr benutzen. Hier kann ich auch nicht hinschießen von hier aus. Weil dann fliegt es dahin und ich sterbe auch, ne? Eher. Oh, das wird ja jetzt richtig knifflig hier. Was ist denn, wenn ich das hier mache? Sollte ja schon mal in Ordnung sein. Das hier, ja. Das halten mich. Das war auch schon mal gar nicht gut. Weil das könnte ich auch von hier aus machen. Das sollte auch in Ordnung sein. Fuck. Der Schuss ist da wieder durchgeflogen. Ja, das funktioniert ja auch nicht, ne? Der Schuss ist da wieder durchgeflogen. Ah. Ich muss schon versuchen, die dickere Seite von den Dingern zu treffen. Jetzt habe ich zwischenher geschossen. Bitte was? Dankeschön. Der ist da oben, will ich auch noch. So. Oh Gott, das war mehr, als ich erwartet habe. Es stört halt sehr, dass dieses Ding... Wenn das hier jetzt nicht schwarz wäre, dann wüsste ich, was ich machen müsste. Das war ja schon von Anfang an schwarz, ne? Verdammt. Das kann ich auf jeden Fall auch schon mal schwarz machen. Machen wir das. Der Schuss ist wieder da irgendwie durchgeflogen. Einmal so. Das war nicht richtig. Das heißt, ich... Ja. Muss ich das hier jetzt gleich timen? Dass das dann fertig wird, wenn der eine Schuss, der da im Kreis rumfliegt, dann wieder ankommt, oder was? Das war nicht, wie ich das wollte. Ich bin gestorben und dann wurde ich da reingewarpt. Sehr gut. Warte, gehen wir wieder hier lang. Das ist einfacher. Ich muss das jetzt wirklich timen, nicht wahr? Sehr gut. War doch einfacher als gedacht. Stimmt, weil der Schuss ja erstmal noch der ganz rüberfliegen müsste wieder, um was Schwarzes zu treffen. Ich habe nur wieder komplizierter gedacht als nötig. Sehr schön. Das haben wir als nächstes. Feuer. Feuer. Oh. Natürlich. Feuer und verschwindende Blöcke. Gemein. Hey, mehr Stacheln. Sehr gut. Sehr gut. Aber nicht genug, um mich aufzuhalten. Hahaha. Oder so. Das war nicht... Okay, es hat gepasst. Damit habe ich nicht gerechnet. Hat man gesehen, nicht wahr? Irgendeins von diesen Dingern hier ist doch wieder nicht echt, oder? Oh, doch. Tatsächlich alles. Verdammt. Da darf ich nicht einfach runterlaufen. Da muss ich springen. Da darf ich nicht mehr. come on aww es war gemein oops oh ich muss nochmal ach verdammt ja dadurch dass ich eben gestorben bin habe ich nicht mehr darauf geachtet wie langsam die lava da unten weggegangen ist und eine landung wäre ja doch sehr einfach gewesen der erste block hier auf der rechten seite da ist ja doch kein feuer sehr schön oh 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 da kommt ein feuerball oh und noch einer nein verdammt er wäre doch schon fast tot gewesen verdammt ich war durch den feuerball abgelenkt deswegen hat mich der apfel erwischt hey 111 tode eine schnappszahl jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr oh ich hatte er ist erst so nett zu mir und dann kommen mir die äpfel ganz schlecht angeflogen so wie ich mich zumindest verhalte kommen sie schlecht angeflogen jetzt habe ich rumgealbert mit meinen schnissen ja ja wenn man den äpfeln ausweicht aber so dass man trotzdem noch vom feuer getroffen wird danach sehr gut sehr gut sehr schön die bosse sind so schön einfach so generell sie dauern halt nicht so lange na ist für mich doch immer sehr angenehm weil boss kämpfe sind ja bei mir doch manchmal sehr furchtbar oh gott das sind voller ranken jetzt habe ich meinen doppelsprung benutzt verdammt die ranke bewegt sich sie schummelt ich brauchte meinen doppelsprung schon wieder gar nicht ach gott sehr schön sehr schön sehr schön ach guck mal das ist gleich schon vorbei hier hallo mauli schönen guten abend die wand war nicht echt das war ja gemein warum versuche ich eigentlich nicht eh darüber zu springen bei dem ersten schon naja deswegen gehen wir nicht oben lang okay man muss ja auch mal nachsehen ne ja stimmt die bosse sind halt schön kurz gestaltet sie machen nicht so viel unsinn und sie haben nicht so viel leben dauern die zum glück auch nicht so lange ich mag die stelle nicht die nächste ranke da auch mit dem gate da oben ne machen wir das doch so da komme ich doch nie im leben in paar versuchen durch rein Oh, okay. komme ich halt mit einem einzelnen Sprung nicht rüber. Sonst wäre das kein Problem da oben. Aber da das mit einem Sprung von der Ranke passieren muss, ist das doch ein bisschen uncool. Okay. Geht doch. Ich glaube, ich konnte jetzt schon weitermachen, aber ich will die sechs anderen Bereiche noch sehen. Lass ich doch jetzt nicht aus. Oh. Oh, ich verstehe, glaube ich, was das hier wird. Ich darf mich jetzt nicht mehr selbst seitlich bewegen, sonst sterbe ich. Okay. Verdammt. Kannst du das nicht machen? Das war nicht nett. Oh Gott. Ah, Hilfe. Nein, sie hat es schon wieder getan. Sie mag mich nicht. Äh. Auf der anderen Plattform zu landen, wäre sehr dumm. Okay, dann gehen wir halt nochmal runter. Ist okay. 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 Sehr schön. Oh Gott. Erschreckt mich halt. Und weil Plattformen natürlich seltsam sind, wird das hier jetzt auch lustig. Oh Gott, das wird doch nichts. Oh mein Gott. Ich schaff's nicht weiter nach Richtshilfe. Verdammt. Machen wir das halt so. Der funktioniert. Sehr gut. Einfach ein bisschen springen, Spam. Oh. Wofür ist die... Ja, okay. Wofür ist die da oben? Der Block da drunter ist wahrscheinlich nicht echt, ne? Ja. Muss ich da auf dem Boden landen oder nochmal auf der Plattform? Das ist jetzt die Frage. Weil ich kann ja ruhig auf dem Boden landen. Die Plattform bewegt sich ja doch weit genug darüber, dass ich dann nochmal drauf landen kann. Sehr gut. Ja, ja, ich weiß. Das Portal ist schon da. Ich mach trotzdem weiter. Wird das hier jetzt nur reines Platforming oder was? Oder irgendwas kommt auch bestimmt gleich noch, was ich nicht verstehen konnte. Wobei bis jetzt sieht's stark danach aus, ne? Ich hab wieder zu spät nach links gedrückt. Zu früh, meine ich. Oh, das ist... Oh mein Gott. Das ist Platforming ohne Saves. Das ist doch meine Schwachstelle. Länger gut spielen. Okay, das ist schon der letzte Screen. Aber trotzdem. Wie da am Ende einfach noch zwei Gates sind und Sonnensprung hier. Fuck. Come on. Das ist gemein. Wow. Erst noch so ein Ledge-Jump und dann zwei Gate-Jumps. Sehr gut. Natürlich schön am Ende. Damit es auch nochmal schön schwer bleibt, ne? Zum Glück ist das allgemein nicht zu lang, aber trotzdem. Voll fiet. Wobei ich ja eh schon öfter auf dem ersten Screen sterbe, als überall sonst. Weil der Sprung auch schon doof ist. Ah, das bekommen wir schon hin. Genau. Das schaffe ich schon. Aber nicht so. Ich weiß eh nicht, was ich da versuche, schon direkt so nah an der Wand lang zu springen wie möglich. Da kann ich mich auch immer noch im Flug gegendrücken, ne? So ist ja nicht. Ich sollte nur dann früh genug auch mich wieder weiter drücken. Nach links. Zu hoch gesprungen am Ende. Verdammt. Ich weiß. Was? Okay, haben wir den ersten Screen schon mal wieder hinter uns. Das ist der zweite ist gar kein Problem. Der erste ist eher so das größere Problem und dann das Ende hiervon gleich. Sehr schön. Oh, ich darf mich durch die Blöcke nur in die Richtung bewegen. Irgendwie nicht. Nein, kann ich nicht. Oh. Ah. Ist wahrscheinlich jetzt nicht so schlau. Okay. Okay. Nein, kann ich auch ruhig nochmal runterschießen. Klar, kann ich ja dann, wenn ich da unten dann lang will, nochmal abschießen. Den wollen wir nicht abschießen. Den brauche ich auch gar nicht nochmal abschießen. Sehr schön. Ha. Was? Oh, da hinten ist Knopf. Ah. Das war noch in Ordnung. Das war nicht in Ordnung. Ich bin ein Lügner. So ist das in Ordnung. Das ist auch jetzt in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Okay, die Stacheln sind einfach weggegangen. Oh. Ich gehe jetzt da hin. Ach ja, dich kann ich noch weiter hier rüber holen, ne? Wait, kann ich jetzt gar nicht, haha, wegen dem Save-Blocker, hahaha. Das war auch ein interessantes Gimmick, auf jeden Fall. Gefällt mir. Oh nein, Eis für 6. Ich glaube, ich gehe einfach, wobei, jetzt kann ich ja nicht mehr gehen, ich habe gespeichert. Und sagen, okay, das können wir auslassen, das ist, das ist Eis für sich, das ist nie toll. Verdammt, ich komme hier nicht mehr raus. Hahaha. Wie gemein. Oh. Sehr schön. Ups. Warum ist da ein Schild am Ende bei dem Portal? Was müsste mir der erklärt werden, was ich nicht sehen werde? Oder was ich nicht lesen werden kann? Was ist da ein Schild am Ende? Sehr schön. Oh. Ein Bosskampf. Mit 4 Gegnern auf einmal. Kannst du mit dem Erdriss da in der Luft aufhören? Sehr voll toll. Vielleicht einen ähnlichen bestimmt. Genau den hier wahrscheinlich nicht. Ach, guck mal, einer ist schon tot. Und ich jetzt auch. Oh, die Erdrisse kommen aus den, einfach aus den orangenen Äpfeln raus. hat ja auch noch ein bisschen gedauert, bis ich das gemerkt habe. Aber diese Wirbel, die kommen einfach aus ihr raus. Ja. Verdammt. Okay, das sollte aber anscheinend auch nicht zu schwer sein. Ich muss nur ein bisschen aufpassen. Ja, da oben schießt gar keine Äpfel mehr. Er ist kaputt. Oh, da ist einer. Gerade wenn man von redet. Weil es hat ja trotzdem noch ein bisschen gedauert. Das weiß ich immer lieber bei mir. Oh. Oh. Ah. 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 Ah, das Ende sollte einfach sein. Jetzt bleibe ich erstmal weit genug von ihr weg. Jetzt muss ich nur noch ihnen töten. Und das kann ich auch aus einer netten Distanz machen. Hören wir mal über die einzelnen Wellen drüber. Oh, die sind nähereinander. Na, ich bin höher gesprungen, als ich wollte. Ich wollte die Musik noch ein paar Sekunden länger hören. Vielleicht haben wir noch einen Boss hier vor. Schnelle Äpfel. Ich bin zu doof um... Ah, jetzt. Jetzt und dann trotzdem noch gestorben. Allgemein haben wir hier ja doch sehr viele Äpfel, nicht wahr? Verdammt. Sehr schön. Springen wir halt genau, wenn der Apfel da gerade lang fliegt. Guter Einfall. Guter Einfall. Sehr schön. Das war auch gerade ein sehr guter Sprung. Das auch. Sehr schön. Sollte nicht zu furchtbar sein? Ja, ich wollte sagen. Sah jetzt nicht so schlimm aus, ne? Hat sogar funktioniert, dass ich einfach nur nach rechts gelaufen bin. Oh, oh. Okay, alles... Alles gut, bis auf das, dass ich auf den Apfel draufgefallen bin. Haben die das gerade schon die ganze Zeit gemacht, dass die da teilweise auch schräg rausgekommen sind? Ist mir gar nicht aufgefallen. Sehr gut. Ich bin mal wieder ein Blindfisch. Oh. Das war nicht so klug. Was machen wir denn? Wir gehen hier hin, dann laufen wir da drunter. Ja, und dann... Was macht ihr? Nur die Äpfel da hinten weg. Oh, die eine Plattform wird sich bewegen, nicht wahr? Sie ist ohne mich weggefahren. Mäh. Voll gemein. So. Dieses Mal nicht. Dieses Mal sterben wir nur. Verdammt. Verdammt. Ah ja, das sollten wir dann auch gleich haben, ne? Noch ein paar Versuche hier und dann hätten wir den Bereich auch fertig. Also eigentlich habe ich ja springen gedrückt, ne? Ich bin, glaube ich, eh zu früh gesprungen. Ich hätte die Plattform nicht wieder erwischt. Dieses blöde Apfelgesicht hier unten. Schrecklich. Grinst mich nur blöd an. Sehr schön. Dann fehlt nur noch ein Bereich. Dann hätte... Dann habe ich sogar alle gemacht. Auch wenn ich es nicht mal musste. Oh. Ja, ich sehe, worauf das hier ausläuft. Hier wird sehr viel Quatsch passieren. Ja. Und wie hier sehr viel Quatsch passieren wird. Wir brauchten ja doch noch einen Bereich, wo wir Tode farmen können. Also so richtig. Ich habe Angst. Verdammt. Also Angst vor dem Rest von dem Bereich, nicht vor dem Sprung da gerade. Da stand ich einfach nur nicht richtig. Warte mal, kommt ihr Stacheln jetzt gleich auch nochmal wieder hochgeflogen? Oder kann ich jetzt einfach hier langlaufen? Oh, das ist ja nett. Ach, komm schon. Hier werden sich noch welche bewegen. Das wird niemals gut gehen. Oh, Gott. Nein. Oh. Ich hätte es ahnen müssen. Ich habe es nur zu spät geahnt. Oh, Gott. Tschüss. Oh, nein. Nicht tschüss, sondern haha. Ich sperre dich aus. Oh. Ich habe Angst. Es ist... Ich weiß, dass was passieren wird. Ich weiß halt einfach nur nicht, was. Das ist das Schlimme. Ich hätte einfach runterfallen können. Wow. Ich habe andere Sachen erwartet. Das ist das Schlimme. Das ist das Schlimme. Das ist das Schlimme. Das ist das Schlimme. Du? Da oben ist irgendwie eine Art Lebensbalken. Der ist noch ein bisschen lang geworden, ne? Warte mal. Du kommst mir sehr bekannt vor irgendwie. Das Ding kommt mir irgendwie bekannter vor als andere Sachen. Als ob ich das wirklich schon mal gesehen habe. Ja, trotzdem. Sein Lebensbalken ist zu lang. Dein Lebensbalken schummelt. Du hast zu viel Leben. Genau. Warum noch die Stahlen runtergeflogen? So gegen Ende. Verdammt. Wie kann ich den Baum? Du bist in die Straße? Der ist nicht in die Straße. Genau. Dumm. Das ist wie ein Bild. Das ist wie ein Bild. Da ist die Straße. Du hast das Spiel. Du hast die Straße. Du hast es nicht. Du hast es nicht. Du hast es nicht. Okay, ein Treffer noch. Yay. Sehr schön. Jetzt können wir endlich hier rein und schauen, was da drin ist. Guyrock ist hier drin. Gut, was mache ich da jetzt? Einfach wieder hochspringen. Jetzt komme ich doch einfach rüber. Ja, da springe ich bestimmt nicht runter. Ich bin nicht doof. Äh. Okay. Na, verdammt. Ah, ich dachte, ich könnte es austricksen, aber es hat mitgedacht. Verdammt. Ah, komm schon. Ups. Warte mal. Kann ich hier direkt rüber springen oder macht... Uh. Da, bei dem ersten geht es noch. Oh, da ist so ein... Wie Chokobo hießen die, nicht wahr? Ich bin schon wieder drauf reingefallen. Ich habe es direkt wieder vergessen. Du 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 du... Du 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 du... Du 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 du... Du 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 du... Der Safe hätte auch weiter links sein können, nicht wahr? Kann ich aufhören, da direkt an den Stachel dran zu springen, das wäre auch voll toll. Hallo, uh, ich sitz drauf. Passiert nichts mehr. Sehr schön, natürlich, voll drauf reingefallen. Ah, ich kann sie nicht abschießen. Ich kann sie nicht abschießen. Das war jetzt uncool. Muss ich ja schon zugeben. Der Safe hat mich verraten. Weil es ergibt Sinn, dass er mich verraten hat, weil wenn ich sterben würde, würde ich da nicht mehr hochkommen, weil die Stacheln da wieder wären. Das hätte ich direkt merken können, habe ich aber nicht. An sowas denke ich in dem Moment auch nicht. Für mich ist er dann Safe und das heißt, ich will den benutzen. Was man mit Saves halt so macht. Speicher. Wenn auf dem Safe jetzt nicht Safe gestanden hätte, dann wäre das nochmal eine andere Geschichte gewesen, aber da stand Safe drauf. Oh Gott, ein F-Jump. Warum? Ich bin da doch schlecht drin. Sehr gut von der Kante gelaufen vor dem Sprung. Wie man halt auch jetzt schon gerade genau sieht, dass in diesem leeren Raum noch irgendwas passieren wird, weil davor und danach direkt ein Safe ist. Sehr gut. Nicht nochmal gestorben. Oh, es ist ein Goldbad. Du gehörst aber nicht nach Final Fantasy, Freundchen. Du hast dich im Spiel geirrt. Bist du gleich mal fertig? Dankeschön. Man muss ja nur mal fragen. Den Boss kenne ich aber schon. Den haben wir in irgendeinem anderen Spiel schon mal gesehen. Nur, dass da glaube ich mehr Farben waren. Wow. Und ich glaube, die Äpfel waren auch anders von dem, was sie gemacht haben. Aber trotzdem. Auch ihr seid im falschen Spiel. Ihr Inkognito. Oh, Gott. sandwich. Two, drei. Blastas Blastas So wird das aber nichts, na? Verdammt Ich glaube, das wird ein bisschen dauern Habe ich so das Gefühl Ich glaube, das wird ein bisschen dauern Ich glaube, das wird ein bisschen dauern Ah, komm schon Ich glaube, ja, das wäre, glaube ich, schon die schlauere Taktik Wenn ich erstmal auf einer Seite töte, nicht wahr? Ich glaube, das wäre gar nicht so dumm Ups Zumindest kann ich die unteren beiden linken auch von rechts töten Und halt unten rechts die beiden umgekehrt, wenn ich links anfangen würde Komm schon Ist auch wieder gut Na komm, schieß Ha, ich habe gelogen, sehe ich gerade Ich kann nur die in der dritten Reihe von beiden Seiten aus töten Haha, verdammt Ja, meine ich ja Ich habe gegen die auf jeden Fall schon mal sehr ähnlich In einem anderen Fangame gekämpft Ich meine nur, dass die Äpfel da bunter waren als hier Komm schon, aus Ich habe 159 Minuten Dreihe 10,5 Minuten 2 3 4 3 3 5 Oh, ich bin da echt reingesprungen. Puh. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Na, das ist es nämlich. Die da unten werden jetzt nämlich langsam stärker, weil ich mich da oben um die gekümmert habe. Auch wenn der eine da unten doch immer noch sehr langsame Äpfel schießt, ne? Ich meine, jetzt schießt er auch schon schnellere mit dazwischen lang. Irgendwie so auch total verstreut. Oh, stirb einfach. Danke. Sehr gut. Was haben wir hier? Mehr Platforming erstmal. Ja doch, ich muss erst darüber für den Trigger. Und jetzt komme ich da oben nicht zu den Safes hin. Und wahrscheinlich zu welcher Seite ich gehe, ist dann egal. Sieht zumindest sehr symmetrisch aus. Gehen wir nach links. Schauen wir mal, was hier passiert. Oh, es ist nicht symmetrisch. Und ich glaube, ich habe mir den schwierigeren Weg ausgesucht. vorbei. Es geht. Die sind beide schon nicht so unbedingt schwer, ne? Oh. Mal Feldraum. Oh. Oh, ein Strafraum. Oh, wie uncool. Oh nein. Oh, das wird doch bestimmt noch öfter jetzt passieren, dass ich durch diesen doofen Raum da gerade durch muss, ne? Verdammt. Der Boden verschwindet da doch garantiert auch wieder. Oh, hier passiert doch auch noch irgendwas. Was? Oh. Die Schrift kam angeflogen. Sehr gut. Wie gemein. Nö, nicht nochmal, Freundchen. Das ist doch auch schon wieder irgendein Pokémon. Seit wann sind wir eigentlich bei Pokémon und nicht mehr bei Final Fantasy? Oh, das gefällt mir gar nicht. Wie viele I-Frames hast du eigentlich? What the fuck? Oh. Ich habe das... Okay. Das sah fast so aus, als ob er jetzt gleich einen Laser schießen will, aber... ...viele Äpfel gehen natürlich auch. Oh, was da gerade angeflogen kommt, sieht aber gar nicht gut aus. Ähm... Fuck. Das war nicht nett. Das war nicht richtig. Ah. Das war nicht so aus. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Verdammt So viele doofe Äpfel zum Ausweichen Seine I-Frames sind auch irgendwie Unterschiedlich lang immer Gerade waren ja doch Zwei Treffer sehr schnell hintereinander da, ne? Jetzt dauert es wieder ewig Bist du bald mal fertig Der Wendel von Äpfeln hinzumachen? Ja, jetzt gerade auch wieder Die ersten zwei Treffer hier gingen doch sehr schnell, ne? Jetzt dauert es immer wieder Vielleicht wenn er einfach gerade nicht in einem Angriff ist, geht es halt schneller, keine Ahnung Ich habe den Boss nicht gemacht Oh, den Apfel habe ich nicht richtig beachtet Ich muss am Anfang über die ersten Äpfel drüber springen Dass ich wieder so in dem Rhythmus drin bin, wie ich eben drin war Fliegen die Gelben oben lang, die Grün und Blauen fliegen so Und ich springe wieder über die Roten Die Gelben waren nicht da, wo sie sollten Wo sie sein sollten Ich bin wieder zu früh gesprungen Sogar vier schnelle Treffer waren das jetzt Oh Gott Es sieht anders aus Aber das ist nicht gut Okay, jetzt ist wieder alles gut Okay, jetzt ist wieder alles gut Oh mein Gott Lass das doch mal Das ist uncool Oh fuck Es wäre doch jetzt gerade tot gewesen, wenn ich nochmal geschossen hätte Oh Dass ich überhaupt so lange überlebt habe, hat mich irgendwie gewundert, wenn ich ehrlich bin Oh oh Äh, das ist nicht gut Okay, jetzt ist eh egal Ich muss das jetzt gleich nur so machen wie eben Nur, dass ich ein paar Sekunden länger überlebe Erstmal muss ich wieder bis in die letzte Phase kommen Das ist natürlich Voraussetzung dafür Ich glaube, ich bin jetzt in die Weise gekommen, ich bin ja ein paar Jahre altes Anyways, ich bin ja da fast noch mal Das ist ja auch einfach da was man Ich bin ja da fast noch mal Und ich bin ja da ist ja da fast noch besser Sehr gut Und du bist ja auch da fast noch mal Und ich bin ja da fast noch mal Ich bin ja da fast noch mal Aber ja ja da fast noch mal Verdammt. Oh, oh. Gut, dass die blauen Äpfel auch von weiter hinten losfliegen, ne? Hm. Angie, geh weg. Du bist voll doof. Fuck. Das war nicht richtig. Ich hätte noch einen Moment warten müssen, bis die roten Äpfel auch da sind. Ja. Ja, erst mal was. Nee, ich hätte noch, was wir da? Ja. Mach es nicht mehr. Mach es nicht mehr das? Mach es nicht mehr. Mach es nicht mehr raus. Mach es nicht mehr so ist und reißen. Mach es nicht mehr das? Mach es nicht mehr einfach so ist. Mach es nicht mehr. Oh mein Gott. Geht weg, ihr Äpfel. Ihr seid doch alle wahnsinnig. Ah! Unfair. Auf Wiedersehen. Ups, machen wir einfach wieder irgendwas. Oh, komm schon. Hätte ich ganz drüber springen sollen. Oh nein. Oh Gott, das ist überhaupt nicht gut. Okay, doch irgendwie noch. Das ist nicht gut. Äh, okay. Ups. Ihr gelben Äpfel gehört viel weiter nach oben. So, nettes RNG dieses Mal für mich. Vielleicht, nein, okay, dann nicht. Dann halt nicht. Das ist das Erste an dem, das Schöne an dem ersten und dritten Angriff. Das ist halt mehr abhängig von meiner Position als von RNG. Hm, was mache ich hier? Irgendwas mache ich hier. Oh mein Gott. Oh. Fuck. Da ist viel zu viel los. Auch wenn ich, wie gesagt habe, das mehr von meiner Position abhängig ist und so. Aber trotzdem. Ah. Nicht alles ist da von meiner Position abhängig. Glaube ich. Keine Ahnung, ob die grauen Äpfel, die Lücken, die Winkel davon abhängig sind, wo ich in dem Moment stehe. Aber man weiß ja nie. Trotzdem nicht einfach. Aber trotzdem schöner als der zweite Angriff. Ich habe einiges. Ich habe einiges. ich bin noch in welche von den äpfeln reingesprungen wo ich schon wieder so weit war für die dritte phase schade passiert bisschen spät auf den sprungknopf gedrückt die gelben äpfel sollten nach oben fliegen aber dann halt nicht da war noch ein apfel miss naja das war viel zu früh gesprungen das ist schon wieder nicht richtig das ist alles gar nicht richtig was ich da mache die frage ist dann warum mache ich es ich weiß es selbst nicht das ist so da war ich höher als ich wollte verdammt das da 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 Ah, der rote Apfel. Verdammt. Was mache ich da? Das ist alles gar nicht richtig. Okay, jetzt sind wir wieder drin. Ah, der gelbe Apfel. Warum müssen seine Arme so weit auseinander sein, dass die Apfel so weit auseinanderfliegen? Kann er doch nicht machen. Einfach so riesige Arme haben. Oh. Und das war wenig Schaden. Bis zu dem Angriff. Da hätte noch ein Treffer mehr drin sein sollen. Ich mag den zweiten Angriff nicht. Ist gemein. Ich mag den zweiten Angriff. Das war irgendwas, aber nichts Gutes. Huch. Zu spät gesprungen. Passiert mal. Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist eigentlich nicht mal was schweres, was da los ist, aber ich feile halt trotzdem rum. Das ist das Schlechte. Wie lebe ich noch? Ich weiß es selber nicht. Verdammt. Jetzt lebe ich nicht mehr. Ich weiß es selber nicht mehr. Das ist nicht okay. Okay, es ist doch irgendwie. Das war nicht okay. Von mir. Ich hätte einfach nur nach rechts laufen brauchen. Ein bisschen früher dann hätten die mich nicht erwischt. Aber mein Instinkt war doch eher für springen. Und das war nicht gut. Kann ich hier stehen bleiben? Ich muss halt nur aufpassen, weil er die Phase wechselt, dass ich dann nicht mehr hier stehe. Ich glaube, so ist das doch einiges angenehmer. Einmal dürfte ich noch und jetzt muss ich langsam weg. Ich muss nicht mal wirklich aufpassen. Sehr gut. Okay, machen wir uns deshalb jetzt doch einfach einfach. Stellen wir uns einfach direkt vor ihn. Sehr gut. Nur bei dem ersten Angriff funktioniert das nicht. Aber dann, hey, schießen wir ein bisschen rum. Warum denn nicht? Das einzige, was ich halt nur nicht machen darf, ist zu hoch springen. Warum habe ich das nicht schon früher gesehen? Das ist viel zu einfach. Das ist viel zu einfach. Nein! Oh, ich wollte gerade schießen. Verdammt, der hätte jetzt schon das zweite Mal tot sein müssen. Ach, Mann. So ein Unsinn. Was ich? Ich rede buscar uns. Toll das drin. Ich würde ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Und vielen soll12-L некоторые noch schuss, nicht. któreitaien. wieder nur noch ein leben übrig gehabt nur diesmal nicht kurz vorm tod sondern gerade erst runter geschossen hat macht es trotzdem nicht besser aber okay ich komme jetzt auf jeden fall schon mal schneller in die phase hin oder sagen wir wir kommen da einfacher hin nicht unbedingt schneller aber definitiv einfacher diesmal war ich doch noch zu nah dran verdammt das ist es 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 Ich muss weiter von ihm weg, auf jeden Fall. Aber es funktioniert ja meistens auch so, nur manchmal nicht. Wenn ich dann doch wieder aus Versehen zu nah an ihn rankomme und dann sein roter Apfel fast direkt einfach nur nach unten auf mich drauf fliegt. Habe ich nicht so viel Zeit zum Ausweichen, was nicht gut ist. Okay. 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 Ich habe zu früh springen gedrückt. Ich war noch nicht wieder auf dem Boden zurück. Verdammt. Okay. 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 so ein treffer müsste es noch sein da müsste die nächste phase wieder anfangen ja wieder nur noch ein leben übrig oh man das hat mir jetzt oft genug langsam aber was mir jetzt gerade aufgefallen ist wirklich weiter nach wirklich weit nach hinten gehen ist auch keine option weil die grauen äpfel da irgendwie noch am rumfliegen sind warum auch immer als ob die noch mal zurückkommen oder so so leicht zumindest was nicht gut ist wir müssten ihn einfach jetzt endlich mal töten dann hätten wir das problem ja eh nicht mehr aber anscheinend leichter gesagt als getan besonders wenn da zwei so äpfel doof rumfliegen oh gott stirbt doch endlich oh mein gott geht doch sehr schön geschafft war jetzt auch wieder ein sehr abruptes ende nicht wahr einfach direkt auf den screen gewechselt nicht mal ein abspann oder so den hätte ich mir jetzt verdienen ganz eindeutig aber ja haben was haben wir noch eins geschafft waren dann ja jetzt heute nur sechs spiele ja sechs spiele ich habe ein paar geschafft würde ich sagen auch wenn ein paar davon nur so nicht mal eine viertel stunde ging aber das ist ja egal aber ja ich glaube für heute werden wir dann erstmal wieder fertig morgen bin ich ja dann schon wieder da mal schauen was wir morgen machen werden ich werde mir so wie immer was einfallen lassen kennt man ja und wenn nicht dann sind es halt doch wieder fern games ist ja dann auch was ist mir dann auch was was mir eingefallen ist wenn mir nichts anderes eingefallen ist oder so ihr versteht was ich meine es war auch ein sehr schöner satz gerade aber ja ansonsten würde ich euch allen dann wohl wieder einen wunderschönen abend wünschen noch dann später eine gute nacht und man sieht sich Bis dann und tüdelü.